Musik 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 Eine geheime Höhle voll mit Schätzen Wenn ich da nur ein bisschen mitnehmen könnte Sollte alle nur dann ändern Ja, warum eigentlich nicht? Den Räubern steht der Schatz so wirst du nicht zu Sesam öffne dich Gold Alibaba Wie kommst du zu so viel Gold? Lüge mich nicht an! Soll ich auf der Stelle wo er ein Blatt Gold hat? Nein, komm ich lass ihn los Er hat das Gold im Wald gefunden Im Wald? Ich hab's Sesam Öffne dich Wer macht sich da an unserem Gold zu schaffen? Du wagst es dich an unserem Gold zu vergreifen? Das wirst du mit deinem Leben beteiligen Aber du hast das doch alles nicht gewollt Nicht gewollt, nicht gewollt Es ist passiert, passiert Hörst du mich? Mein Bruder ist tot, tot! Zurücklassen? Meine Kasim? Niemals Und wenn sie eins und eins zusammenzählen können dann Dann werden sie zu uns kommen Genau, aber ich habe einen Plan Wenn du jetzt sofort mitkommst, bekommst du dieses Goldstück Ach so Zwei Goldstücke Zwei? Na gut Dieser Kasim war ja gar nicht krank Er wurde umgebracht Ich glaube es war ein Räuber Räuber? Eine junge Dame hat mich zu einem Haus geführt Dort habe ich den toten Kasim geschminkt Und rein in eure Säcke Danke Machana Wir haben da echt viel Glück gehabt Halibaba, du bist zu weit gegangen Du hast mir meine ganze Mannschaft getötet Meine komplette Mannschaft Er kann uns nichts mehr anhaben Entschuldigung In Zukunft werde ich nicht mehr so blauäugig sein Na, wenn das mal kein Grund zum Feiern ist It's Tardy Time Musik